Ich spiele nicht mit Radlertrinkern. Also, das Radlertrinken ist ja kein Problem, aber das als wir zu bezeichnen, ist ein Brokkädern halt so. Marcel hat sich nicht mehr geäußert. Könnt ihr da so raus? Ja, mit einem Boot ist das scheiße. Wartet mal kurz auf. Ich will jetzt kein Alkohol. Mascht, wir haben ein deutsches Lied darüber, dass Radler kein Alkohol ist. Richtig deutsches Lied. Ja. Deutsches Lied. Wollt ihr Zufall oder wollen jemanden mit Radlern nicht spielen? Mascht, es ist immer Zufall. Immer Zufall. Aber ich würde sagen, wir teilen uns im Teamspeak auf. Ja. Weil sonst reden zu viele durcheinander. Das ist ja langweilig. Bin ich auch gegen. Bin ich auch gegen. Ja, aber ein Bot ist einfach ganz gut jetzt gleich. Ich bin dafür, dass Mascht mit Bot spielt. Ja. Ja. Was? Mascht, du spielst mit dem Bot. Wenn du mit mir spielst, ja gerne. Hat die Mehrheit entschieden, du... Mascht, das ist Zufall. So. Dann mal los. Kann ich starten. Obwohl, stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Stopp. Man muss sich jetzt mit dem Bot spielen. Alle frei, wir können ja sonst morgen frei werden. Nein, nein, ich hab nicht frei. Ich hab auch nicht frei. Was habt ihr für einen scheiß Job. Meine Firma hat gesagt, von wegen 24er und 31er ist immer frei. Langweilig. Und bei unseren Kunden ist es auch überall frei. Hätte ich Notdienst, müsste ich morgen wahrscheinlich arbeiten. Wir haben innerhalb von einer Stunde, glaube ich, fünf Unfälle reingekommen. Wenn man am Kunden frei ist, dann heißt das immer Update-Zeit, ne? Das machen wir während der Arbeitszeit. Während der Arbeitszeit spielt es in Minecraft alles alleine. Alter, ich hab nicht den schlechtesten Ping. Ist das geil. Nicht nur. Hui, was ist hier los? Also jemand hat ein Bot und steigt hier aus? Oder bravo? Was laberst du? Was laberst du denn, du? Alter. Warum hab ich nicht den besten Ping? Was ist hier los? Warum hab ich jetzt den schlechtesten Ping? Was ist hier los? Seid ihr bereit? Warum sind alle im grünen Bereich? Was ist hier los? Seid ihr bereit? Abfappen, bevor mein Ping weg ist. So, Angriff. Das ist die beste Verteidigung. Ah, das ist jetzt. Was schlittert? Geh, lasst ihn. Kacke. Drei, drei Leute erwischt. Aber du hast Rochelle erwischt und sie war nicht getroffen. Das war ja los. Oh, die ist auch getroffen. Ich hab's, ja, jetzt als er explodiert ist. Aber ich hab's 100% gesehen, dass er sie erwischt hat, bevor... Ich hab, ich hab, ich hab sie gerecht, ich hab, ich hab ihn gerecht geklickt. Deswegen hat es nichts passiert. Er ist getaumelt schon. Aber ich schwank, genau. Ich schwank, genau. Roger! Roger! Oh, der ist einfach nicht genau. Oh, oh! Kommt noch ein Hatter. Hatter hat mich! Ist okay. Das Geschenk! Ich hab' ihn gesammelt. Ich hab' ihn gesammelt. Tschüss, 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 tschüss. Wof... Keine Ahnung, oder? Malte, tschüss. Malte! Malte! Nick, komm, Nick, komm! Er hat schon Ruhe erschaffen. Er hat... 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 Was finden wir eigentlich an dieser Karte so geil? Ich... Dass du sie nicht magst. Ja, das ist schon mal geil. Hm. Das war kein... Kein besonders starkes Argument, muss ich sagen. Ja, für dich nicht, aber... Kommt sie? Ich fühle dich, dass ein Hatter ist. Oh, Polizei-Zummies. Warte. Ah, scheiße! Der stimmt nicht! Marsch, Marsch! Was machst du da? Alter! Ja, zurückrushen! Ich hab... Ich hab... Was soll denn der Blödsinn? Das ist doch totaler Unsinn. Ich muss mich kurz heilen. Ich mach das. Einmarsch! Awww... Das war... Einer zu wenig. Leute, die spauen... In alle 20 Sekunden. Wir müssen einfach durch. 21 Minuten, okay. Warte, was war das denn? Ja, das war... Jockey von hinten. Waffe Hilfe, wir haben Hunger. Jockey und Hunter. Ja, schon. Alles tot. Ja, hört weiter. Wir dürfen hier alles weg. Jetzt wird alles weggebrat. Kommt uns bitte! Die Frau hat wieder eine Bratpfanne. Ey, was soll das? Ey, was soll das? Bitter ist tot. Das mit dem Team hab ich vorgeschlagen. Ja, das müssen wir auch mal machen. Nicht Autoschießen, okay? Ach... Wollen sie schießen? Autoschießen? Wo war ein Charger? Aber wieso? Schieß, schieß, Smucker, Smucker, Smucker schießen! Ja, ja, ich kann... Und lass nicht sterben! Jaaa! Warum sag ich? Auto, auf keinen Fall schießen! Komm jetzt rein da! Komm da! Jockey, Jockey! 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 Jockey, Kaffa! Jaaa! Wunderbar! Sehr schön! Komm! Tötet sie alle! Tötet sie alle! Kaffa, Kaffa, Kaffa! Ich hab keine Munition mehr! Tötet sie! Jockey, kannst du auch aufgeben! Tötet sie! Kaffa, Leute! Ja, ja, ich hab Jockey! Alter, Jockey geht auf den Sack! Scheiße! Komm zurück! Nick ist gleich tot! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Jaaa! Scheiße! Zwei Leute! Nein, nein! Ihr schafft das! Ihr schafft das doch! Nein! Er schafft das! Schnapp ihn alle! Jonas! Jonas schafft du! Wir brauchen 20 Sekunden! Komm! Schnapp ihn dir! Aufs Dach! Komm! Sniperman, mach was! Doch! Schafft ihr! Schafft ihr! Schafft ihr! Man! Wir gehen raus! Und sind tot! Ja! Darum geht das! Für Mashed! Ihr schafft das! Ja, ich finde auch! Für Mashed! Schafft ihr das! Kommt raus! Also bitte! Für Mashed! Komm! Ihr dürft nicht vergessen! Ihr seid zu zweit! Ja! Kommt! Das schafft ihr schon! Jetzt zünden sie den doch noch an! Ne! Hier brennt alles! Wir kommen da nicht mehr raus! Natürlich! Kommt raus! Ey Leute! Mashed kann doch! Komm! Jetzt sind sie gespawnt erst! Nein! Eigentlich sind sie schon die ganze Zeit auf dem Dach! Aber egal! Ja! Nur du! Ja! Müssen die ja nicht wissen! Sie wollten ja dann doch nicht rauskommen! Ne! Schade! Wir haben es oft genug gehabt, dass wir Leute vorm Shave-Room hatten und dann... Ja! Klassiker! Ja! Schade eigentlich! Ich habe jetzt einen Scheiß-Ober in diesem Scheiß-Radlers-Kanal geholt! Okay! Aber ich schwanke noch! Ja genau! Der kommt danach! Okay! Erstmal Jonas! Okay! Wollen wir? Let's fetz! Alle zusammen! Zusammenbleiben! Ne! Der Frosch! Ich war ne Mixer! Hab den Boomer! Yo! Schön! Hunter! Hunter ist tot! Gitter! Noch ein Hunter! Noch ein Hunter! Noch ein Hunter! Hunter auf mir! Hab dich! Hab dich! Charter? Ne doch keinen! Weiter! Ich bin da! Alle da? Gut! So Malte! Mach du mal zuerst! Okay! Hier oben ist sauber! Boomer! 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 Halt dich für ein Gerücht! Aber okay! Scheiße! Schuss! 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 Charter! Charter ist tot! Das war der Bot! Das war der Bot! Hoffen wir! Splitter! Spitter! Vorne alles gut! Alles gut! Jaja! Nix Gutes hier, okay. Charter? Oh, fuck, fuck, fuck. Du bist der Einzige. Henning, warte mich so runter. Er ist runtergefallen. Ich wurde vom Charter runtergefallen. Henning, komm wieder her. Henning, komm wieder her. Er ist hier. Henning. Ich muss mich heilen, Leute. Ja, aber ich bin hier gerade sehr geschlagen. Also, danke. Achso, sag doch, dass einer vor dir steht. Red doch mal mit uns. Henning, ich komm mit dir mit. Ja. Smoker. Smoker. Das ist ein Bot. Smoker ist tot, war wieder Bot. Smoker ist kaputt. Hören wir mal kurz. Hier ist eine Pfanne. Ohne, nimm sie mit. Ohne. Nö, nö, nö. Charter, von vorne. Aha. Bei uns. Oh, shit. Ach, dir nochmal, danke. So, Volk hat wenig Leben. Mhm. Scheiße, ich hab das nicht. Ah, ich dachte, es gibt... Oh. Marsch, du denkst so einiges. Doki, Joki, Joki. Ja, ich bin der Spitter. Achtung, Spitter. Ich hab dich. Er hat komplett... Er hat komplett reingewilden. So, Spitter hat gerade gespittet. Ah, ich hab woanders gewartet. Mann, lass die scheiß Tür auf. So, ich warte, 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 warte. Ich muss ihn jetzt mal heilen. Ja, mach die Tür zu. Ja, heilen. Deck die Tür. Heilen und dann... Alle heilen, die müssen. Schaffen wir es alle durch. Eigentlich können wir uns alle heilen, weil wir eh gleich keine Chance dazu haben. Oh, Charter, Hilfe. Ich hab... Ich kann nicht zum... Spitter, Spitter, Spitter. Fuck, 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 fuck. Mark, fuck, 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 fuck. Heilen, heilen, heilen. Ja. So. Schaden nicht, wenn wir geheilt sind. Und durch. Noch ne Chance kriegen wir nicht. Und abhaut. Jetzt fetzt, Leute. Guck mal, oh, fuck. Entschuldigung. Ach, Volker. Egal. Drei Leute, drei Leute, das ist rein. Drin, 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 drin. Wuh. Das ging schnell. Da, Leute. Pickt. Damit haben sie nicht gerechnet. Hui. Das war gut. Digga, man. Einfach überhaupt keine Gegenwehr. Auch diese Scheißhorde von dem Auto. Wir sind einfach durchgelaufen. Wir waren vor der Horde in den Safe. Bevor die Horde gekommen ist, waren wir drin. Blöd ist so, wenn die Horde immer aus dem Safe-Room rauskommt. Ja. Das ist blöd. Ja, das war aber aus irgendeinem Grund heute nicht so, ne? Ne. Ja, ein Bot liegt. Oh, Marsch, bitte. Weil ich scheiße. Ja, klar, 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 klar. Ihr habt unser Bot benutzt, Leute. Och, nö, komm, die haben wir auch benutzt. Wenn du als erster gibt. Karte, bitte. Tu es nicht. Wenn du als erster gelegen hättest, dann hätten wir natürlich dich ausgenutzt. Das ist doch klar. Oh, hart, aber wahr, hart, aber wahr. Wer hat meine... Ja, die hab ich mir genommen, weil du sonst nur mit der Scheiß-Bratfahne rumläufst. Volker, ich hab jetzt zwei Pistolen, ist dir klar, ne? Ja. Und dann kann ich viel in den Rücken schießen. Naja, aber mit der Bratfahne lässt du mich ja eher sterben. Weil du immer so lange brauchst, bis du mit der Bratfahne mal da angekommen bist. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ja, gut, abfahren. Ja, alle bereit, hier, Jungs. Ja, ist falsch. Jonas, was machst du hier? Okay. Du bist immer voll. Ich kann ihn nehmen zu spawnen, das ist was. Bitte, 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 raus, 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 raus. Oh. Du bist alleine draußen? Ich bin drin. Ich bin alleine und angekotzt. Scheiße. Oh, das war lecker. Hab ich dich? Ziege gleich. Ja, hab dich, hab dich, hab dich. Zieh dich aber nicht. Ich bin gesmoked. Ja, ich bin gesmoked. Links. 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 Genau, danke. Ja. Ich sag mal so, 220 Punkte. Warte, 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 warte. Halt, halt, halt. Ja, ich bin, ich bin da. Achtung, Hunter, Hunter, Hunter. Ah, Hunter hat mich. Okay. Da ist nichts, gleich weiter. Ja, ich hab schon alles aufgesammelt. Alles klar. Links, okay. Ja, manchmal ist da noch so ein Lady-Tack, deswegen. Weiter, weiter. Charger, Charger, Charger. Huma, wie ge... Hm. Ja, wenn ich jetzt eine Pfanne hätte, ne? Ich muss wieder an Warten. Alter. Wenn ich diese Scheißharde, ist die Pfanne einfach noch... ...und dass die Scheiß-Gefohlen ist. Smoker hat mich. Nirgendwo ne... Smoker hat mich. Ich bin das vorne. Ja, da siehst du mal. Ich bin das gleich um die Ecke. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hunter? Ich war'n Hunter. Nein, nein, Malte, 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 ich bin nicht beleidigt. Warum brauchst du das alleine mit deinem Hunter? Das fliegt nicht. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, hier. Rohrbombe. Und Pillen. Pillen die hinten. Oh, die brauche ich nicht. Oh, die nehme ich mit. Okay, dann, du sie mit. Ich hab kein Millikid mehr. Achso, okay, dead. Bist du. Marsch, siehst du. Nicht. Aua. Ja. Ja. Ups. Holen wir uns ja erstmal gute Waffen. Charger. Charger. Ah ja. Ach, scheiße. Das war's mit guten Waffen. Leider keine gute Waffe. Charger. Oh, nee, ey. Ich renne hier auf... Smoker. Ja. Smoker hat mich. Meiner nicht. Boomer. Boomer, scheiße. Ich seh' nicht. Oh, hier ist ein Messer. Das nimm ich. Was, äh, hier. Henning, dein, dein, äh, wie heißt denn das? Deine Bratpfanne liegt da. Was, was, wo? Hier. Hier. Wo ich bin. Hier. Huhu. Alter. Er kann damit eh nicht um, weißt du? Und klaut dir einfach die Bratpfanne. Ganz ruhig da, dicht Sie, man. Okay, weiter. Ich hab sie zurückgelegt. Charger, Charger. Henning, wo ist deine Bratpfanne? Die nicht da. Ich bin immer so fein gewesen. So, Abfahrt, weiter. Ich weiß, wir müssen gleich mal heilen, Leute. Smoker. Smoker. Ja, hier. Smoker ist tot. Hier ist ne Gitarre, wenn jemand möchte. Hier oben ist noch ne Makete und ne bessere Vision. Ich schlage aber vor, dass wir trotzdem zur... Ey, könnt ihr mich kurz denken, ich muss mich heilen. Ja. Hier zurück. Malte, 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 komm mal her. Okay, ich kann weiter, komm weiter, komm weiter. Obwohl ich... Charger links, Charger links. Direkte Japs Sound. Ja, hier rechts, hier rechts, hier rechts, hier rechts, hier rechts. Irgendeiner ist grad raus, Masch ist raus. Charger ist da. Oh, ich hab den da erschossen, was ist denn damit los? Ich hab den noch kaputt gemacht. Bitte. Jockey. Wollte, hab... Scheiße, Jockey hat mich. Hab dich. So, jetzt lassen wir uns nochmal hier zur ordentlichen Waffe gehen, Luca. Hier oben? Ne, hier. Ach, die. Hinten bei den Toiletten. Da liegt immer ne ordentliche Waffe. Hot twist, tut sie nicht. Nein, tut sie nicht. Gieß mir doch nicht in meinen Rücken, Mann. Ich war schon da, ich hab extra schon mal geguckt. Hinten bei den Toiletten und da hier. Das ist so, macht das nicht... Charter, Charter, Hilfe, Hilfe. Ja, hat er auch vier. Es war ja keine gute Waffe, oder? Teure, Vorsicht. Okay, weitergehen. Hier haben wir noch ein Medi-Pack. Wo? Ich hab Kotz eingesammelt. Hier vorne liegen doch mal zwei sogar. Ich muss unbedingt heim. Ja, zwei Medi-Packs hier. Volker und Tobias. Ja, ich mach noch eins. Ich brauche noch eins, Jonas. Ne, ich... Achso, hier nehm ich das eine. Ich heil mich trotzdem erstmal. Ja, mach das. Mach hier Deckung mit. Hier sind... Okay, ich nehm noch Kild. Bidda, Bidda. Bidda ist tot. Beheil dich. Ah, komm. Okay, alle fertig? Warte. Jetzt. Let's go. Boomer? Da ist ein Boomer. Abhin. Hier, äh... Hier, Feuer, Feuer, Feuer. Hunter. Nicht zu lange hier drunter aufhalten. Ja, Hunter ist... Einfach durch, einfach durch. Ich bin weg. Ich bin durch. Hunter hat mich. Hab dich. Hab ich. Rohbombe, Rohbombe links um die Ecke. Hier ist noch ne Rohbombe, genau. Ja, Jockey hat mich, Jockey hat mich. Hab dich, hab dich, hab dich. Immer noch scheiß Waffen, das kann doch nicht wahr sein. Nur Sprott hier, ne? Hier, da ist noch ne Waffe. Oh, ist auch scheiße. Boah, Henning. Oh, scheiße. So, Oka. Oka, ebenso. Da oben. Ist tot. Bidda. Charger. Oh. Oka, kommst du? Ja, ich versuch's gerade. Nicht mit mir, Marsch. Nicht mit mir. Vorreden. Ich komm hier nicht rein. Ich komm nicht rein. Scheiße. So, Oma ist tot. War der denn? Er stand hier um der Ecke. Ja, mach doch, lass doch die Tür nicht zu. Jetzt kannst du die Tür zu machen. Okay, sind alle drin. Ich hab's teilen. Ich glaube, für die letzten paar Meter heilig mich auch noch mal. Ja, deswegen. Ich hab, wer da Pillen braucht, da liegen auch welche. Äh, Volker, schmeiß dir die Pillen rein und dann, achte aber, wo heißt das? Dann nehm ich das, dann nehm ich die Pillen und das alles. Ja. So. So, Abfahrt. Abfahrt. Jetzt retts. Oh, Charter. Was auch immer das gerade für ein Bug war. Bitte, Achtung. Hallo, immer noch Charter. Ja. Schön, schön in die Saure reintucken, so ein Chicken Nugget. Ja, Hunter, 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 Hunter. Ja, danke. Ich will im Volker wie so ein Chicken Nugget in diese saure Soße reingetumt, da. Vielleicht kann man hier jetzt nicht immer helfen, ne? So, ich muss mal die Spritzer rein. Mach das. Ey, ich hab mich gerade eh mehr erst geheilt, ne? Ja. Stopp, guys. I have to heal. Ja, du. Ich hatte sogar noch Pillen. Kommen wir nicht. Nimm die Spritze mit. Alter, kann hier auch nochmal ein anderes sein als diese Scheiß-Sniper? Mucke, hab mich. Ja, ich bin da. Ich hab dich. Schein, Mann. Alles gut. Charter? Glaube ich. Boah. Tank ist auf. Tank, ja. Hier, Charter, habt ihr? Ja, Tank ist auf der anderen Seite. Mann, ihr Scheiß-Zombies, haut doch mal ab hier. Brennt er? Weiß ich nicht. Habt ihr noch Feuer? Ich hab nur noch Kotze. Warte, 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 warte. Oh, Mann. Oh. Ja, ich hab hier noch keine Munition mehr. Scheiße, jetzt liege ich dir. Ich dreh aber ab hier. Hinter dir, hinter dir. Scheiße, lauf vorbei, lauf vorbei. Ich sitz fest. Ja. Wir sehen jetzt das Leben. Mach mir das, mach mir das. Wie heißt der hier? Ah, Chuck Hanks, lauf weiter, lauf weiter. Lauf weiter. Versuch ranzukommen. Komm ich aber nicht. Schieß mich ab, schieß mich ab. Nein. Oh, diese Scheiß-Track-Straffe macht gar nichts. Komm, Henning, komm. Komm, war nichts, Scheiße. Ja. Ja, hau drauf, Tank. Los, hau drauf. Sehr schön. Ich wollte eigentlich einer davon nehmen. Aber gut, weiß ich, komm eigentlich. Oh, ich bin ein Zombie. Ich darf jetzt nicht weiterlaufen. Oh, was für... Das ist zum Kotzen, ist das. Ja. So ist es. Fassend dazu bin ich jetzt der Zombie. Ja. Ja. Ja, das siehst du sehr richtig. Ja, aber. Scheiß Zombies. Ja. Ne, warte kurz. Ist hier nichts geiles? Ich würde sagen, erst ich. Und dann macht irgendwas. Ich schätze diese Waffe nicht. Okay. Oh, kurz hier vorne. Ich finde, wir sind gut aufgestellt. Hallo, T4 und A. Dann abwacht. Ja, lass erst mal zwei raus. Fort. Ja, jetzt. Boah, scheiß Spooner. Ja, schade, nur ein. Ja, zwei, was da los? Wo ist Smokka? Smokka hat mich. Boah, lecker. Drei Leute. Oh, ja, voll. Ja, gut. Oh, das ist gut. Ich tonke ihn rein. Wir müssen auch liegen. Dippen. Dippen. Paar Dips machen. Neue Sportübung, oder? Ja. Nugget eintippt. So, also Malte, nicht fast. Jonas, wir gehen. Da, Link. Okay, komm, komm. Doch, komm. Äh, Malte? Der redet so. J, ist der Bolli. J, ist der Bolli. Ja, ist doch scheißegal, dass die liegen. Da, wir haben auch genug. Doch, doch, das ist Maschinenkamp. Komm, 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 hier gibt es Maschinenkamp bei mir. Ja, Mann. Malte, komm. Ja, Mann. Ja, warum? Ich bin da nicht mal hingegangen. Nicht voll mich rein. Sehr geil. Ah, scheiß Boomer. Du warst doch tot. Nein, da war ich noch nicht tot. Dann wärst du jetzt tot gewesen. Aber ich hätte noch einmal mehr kratzen können. Warte, wir sind schneller. Hier. Aha, bitte schneller. Malte, umbilden da her. Malte, bitte schneller. Ich weiß, dass du verletzt bist. Ja, sehr, sehr. Boomer und so. Wir müssen uns schneller bewegen und dann gewinnen wir. Alter, marscht. Hört sich eigentlich manchmal selber zu? Nein. Nein. Lick, es ist ein Charger, hat ein Charger? Ja, ich bin da schnell. Lick ist ein Charger geworden, okay. Gut. Geh mal weiter rechts. Hier zu mir. Lick, Lick, Lick. Lick, Lick. Lick, Lick. Ah, meine Güte ey. Ah, warum hab ich noch einen erwischt? Komm, 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 komm. Stab ihn. Oh, was? Hä, hat sein scheiß Rechtsklicken? Hör mal. Hammer, tut mir. Immer Nick, immer Nick das Problem. Immer Nick. Hol ihn, hol ihn. Marscht. Immer Nick das Problem, scheiß Nick. Immer der muss down, immer der muss down. Oh ja, hab ich doch versucht! Was machst du denn da? Falschstückst du. Ja, äh. Der Jockey ist nicht so schnell? Ich muss mich eben heilen. Das ist gut. Charger. Ja. Wollte ihn jetzt alle haben, oder was? Ja. Da fliegt noch ein Hunter. Hunter. Alles gut, alles gut. Äh. Volker sagt doch, dass Nick einen Jockey hat. Oh, okay. Ja, was? Nick hat einen Jockey. Ja, das Kaffee ist zu spät. Ja, das hat man doch gesehen. Ne, wenn ich nicht... Siehst du das nicht? Ja. Dafür klau ich dein Weihnachtsgeschenk, was vor deiner Nase lag jetzt. Fertig. Gibt für dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke. Ist mir doch egal, ich bin ein Zombie, Alter. Lass mich in Ruhe. Ist das Schesse, schön. Wollte. Ich nehm lieber Gehirne als Geschenke. Gehirne. So, äh. Marsch, heil dich und nimm das Medipactor und dann... Hol mal von oben. Hast du mal ein Boomer und Affen? Ja, ist weg. Naja, jedenfalls Malte. Oh, Nick, du Vollpfosten. Vollpfosten. Wasch, heil dich. Wasch, heil dich. Brauch ich nicht jetzt. Ja, jetzt ist es weg. Ne, ist es weg schon. Was? Oh, wie scheiße. Wie der Bucky? Ja. So'n Türrahmen hingelieben. Ob dein Wally wird genommen? Irgendwo'n Hunter. Nein. Ja, Hunter. Smoker, Smoker. Ja, mhm. Nimm, 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 nimm. Irgendwo noch ne Waffe. Einer liegt fast. Waffe hier links bei Nick. Weiter, 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 weiter. Na, Waffe. Oh, Schiss. Einfach. Oh, ey. Oh, jetzt lässt er sich auch noch heilen, ey. Okay, warte. Fangt ihr? Hallo, darf ich jetzt auch noch mal spawnen? Fertig? Warte. Hör doch. Hör doch. Hör doch. Hör doch. Hör doch. Millisekunde vorher. Spaut euch eure Munition. Wir werden gleich genug zu tun haben. Nein. Quatsch. Gib, gib die Bills zu, zu. Okay, Tank. Keinen durchkommen lassen, ja? Ja. Einfach dicht machen. So. Wir hatten, ähm. Ich hatte seinen Medipack. Deswegen dachte ich, ich nutze deinen Medipack. Wir haben einmal Feuer. Das ist jetzt egal. Einmal Feuer. Wenn das Feuer daneben geworfen ist, dann haben wir keine Gefahr mehr zu brennen. Bereit? Ja, ja. Wir sind bereit. Bereit. Hi. Was? Was war das denn? Wo ist der Boomer? Boon. Boomer weiß ich nicht, aber... Oh, was? Warte. Was war das denn? Alles gut? Ja, ich hatte nen Smoker hier hinten. Alles gut. Wie hat er den dann noch gekriegt? Äh, ja. Das ist doch... Ibo. Das Cheatprogramm. Na mal raufhalten. Ist die gute Schrottsau. Für den Fall das Interesse besteht. Danke, Star. Nein. Oh, fuck. Ja, wie zu hell, ey. Jawoll. Hier ist ein Charger. Kommt bei den Gegend. Charger hat mich. Malte, ich wollte eigentlich dich haben, aber du bist im letzten Moment weggeglitcht. Ah, klasse. Gerne. Der Tank kommt. Der Tank kommt hier. Geh hier rüber. Geh hier rüber, genau. So, die dürfen nicht weiterkommen. Wieso haben die da... Wieso haben die da noch ne Schrotflinte liegen eigentlich? Die hatten wir nicht liegen gehabt. Du darfst nicht zurück. Ja, machen wir sie einfach kaputt. Ja. Hat jemand Molly noch? Nein. So, einer nicht. Ich hab Nick. Ich hab Nick. Geh weg. Hol die einen anderen. Hol die einen anderen. Komm ich doch. Komm ich doch. Scheiße. So, jetzt musst du weg Nick nicht, ne? Das gilt er nicht. Gut, einer noch. Hi. Dich hab ich. Danke. Ja, Tank war dort, oder? Ich lass ihn gehen. Ja, schön, Leute. Danke, danke. Ich dachte nur, ich bin, wenn ich sprinte, ein Tick schneller als du. Hi. Alter, hör auf Steine auf mich zu werfen. Katsch dich mal. Arsch. Geh weg. 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 So, er ist tot. Dieses Scheiß-Boomer hat mich getroffen. Ohne Boomer konnte ich besser. Jepp, 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 jepp. 499. Das war gut. Ja. Nice. 499. Schaden gemacht. Weißt du, was gemein ist, Jonas? Was? Der Korn schmeckt. Ja. So gemein ist das gar nicht. Wird man kann Korn schmecken? Ja. Ja. Auch. Korn schmeckt schon immer. Ne. Aber du bist noch jung. Du wirst das auch noch lernen, dass Korn nicht schmeckt. Oh, das ist so phasenweise. Danke, Volker, übrigens. Was? Wieso läufst du auch gerade rein? Ich will doch so ein Hütchen schießen und du läufst mir voll rein. Okay. Entschuldigung. 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 Hier, komm her. Ich hab'n Medipack. Du brauchst mich doch jetzt nicht heilen. Ich bin verrückt. Als Entschuldigung. Schade. Ich dachte, ihr konzentriert euch jetzt mal nicht auf Henning und dann... Ah! Handtach. Nein! Fuck! Hilfe, ich sterbe. Leute. Nein, du stirbst nicht. Doch. Nein. Ich will das Geschenk. Wichtig ist ja, dass du den Korn mit Selt hat. Alter, schieß mir doch nicht in den Rücken. War ich da schon wieder? Entschuldigung. War ich da schon wieder? Entschuldigung. Da waren zwei Zombies hinter dir. Die wollte ich haben. Aber meine Kugeln gehen halt mit, wo sie wollen. Ich erkenne einen Muster. Volker, du solltest keinen Boot gewählen. Die Hand nehmen. Ja. Dann kannst du mich mit um. Ja, nächste Runde... Nimm mich wieder im G. Nee, nächste Runde nimmst du den Nerf. Vielleicht darf man an Elisern nicht zu wenigen Schiffen mit ankommen. So eine Bratpfanne zum Beispiel. Ich komm mal zu dir, Daniel. Hab dich. Moca hat mich. Einmal zurück. Einmal zurück. Einmal zurück. Aufm Dach. Oben aufm Dach. Dankeschön. Oh, Chucky. Oh, Henning. Von mir weg. So, ich kann mich gleich schon mal reingehen. Ja, hast du gesehen? So macht man das. Links, rechts, dran vorbei. Okay, komm. Spart euch das Haus. Hey, das Gewehr wollte ich gar nicht grüßen mein Gewehr. Oder auch nicht. Also ich mein, wenn ihr jetzt schon drin seid, dann könnt ihr es auch durchsuchen. Wir warten hier. Ja, ja. Hier ist ein Defi. Den nehm ich gleich mit. Ah, scheiße. China zu zweit schon wieder. Vor der Tür ist jetzt Spitta, also können wir jetzt, äh, ja. Du musst mich heilen. Dann nehm ich den Defi gleich mit. Ich bin okay. So, Defi habe ich. Fertig. Gut, dann komm mal raus. Jo, ich komm. Klaaschen. Chachan. Oh, what the f- Alter wer- Zurück, zurück, zurück. Ich hab mich gerade geheilt, dein Leben ernst. Ist doch okay. Fuck. Ja! So, ich muss rein. So, jetzt. Ja, ich bin drin, ne, ich seh nix. Klassiker. So, genau. Ich seh jetzt wieder was. Ja, ich auch. Volker, klappt ihn, hab ihn. Keine Sorgen. So, jetzt wollen wir mal weiterkommen hier, ne? Alter. Volker, hast du gleich mal ein Film für mich oder so? Oh, ja, komm her. Also bis zu mir musst du kommen. Jockey, schnell. Ja, ich komm da nicht mehr hin. Doch. Hallo? Wir müssen über den Ben rüber springen. Volker, moin! Ich dachte, ich könnte masch safen. Jetzt haben wir wieder hochgeraufen. Ja. Charger! Oh, mein Gott. Hey, hey, das war malzisch. Hä? Oh nein. Shit. Das hat das Kapi zu spät. Hunter. Oh, den hab ich gerichtet. Smoker hat mich. Smoker hat mich. Hallo? Danke. Wir haben mich nicht getotet. Danke. Danke, Leute. Das ist nett. Bitte. Wir haben ihn eben befreit von Smoker, aber nicht getotet. AK? Ne, doch nicht. Hier ist doch nur die M14 oder so. Nice. Splitter hinten im Raum. Henning Wecker. Splitter hab ich. Ich hab Splitter. Das ist tot. Das klingt gut. Ja. Wir sind trotzdem eingeschlossen. MEINE Fresse! Boah, Smoker und Charger. Und raus. Danke. Wo ist der Charger hin? Der Charger lebt noch, oder? Der Charger lebt noch, ja. Okay, dann geht mal nicht der Reihe nach hinter mir her. Ja. Du bist aber dem Einhaus. Komm mal jetzt rein. Der Maten ist hier noch irgendwo. Boah, die kann ich einfach gebrauchen. Da. Da ist er. Als wenn ich die nicht durch die Tür durchcharge. Nein, du hast zum breites Roll jetzt. Tank. Tank. Scheiße. Ich hab nix. Scheiße. Ja, ich sitz fest. Ihr macht das schon. Ich liege. Boah, scheiß Boomermann. Verpiss dich. Er brennt, er brennt, er brennt. Ja, schön. Ja, das hilft uns gar nichts, wenn wir uns alle hinlegen. Ja. Nein. Ihr seid noch nicht tot. Henning, du bist der Einzige. Du machst das. Wie konnte er mich erwischen? Henning, du musst vorhin weglaufen, nicht zu ihm hin. Ich seh dich nur fliegen, was ist da los? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass dieser Typ nicht antratzt. Ey, was soll das? Ich bin kein Puber. Ich bin kein Puber. Stirb. 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 Okay, jetzt. Oh, danke. Nicht auf mich. Die Leiche ist auch nicht drauf gestorben. Gut, dann können die anderen auch nicht wirklich weiterkommen. Das ist gut. Na, super. Ja, wir haben hier ein geiles Spiel. Na, so. Wir müssen sich verkacken. Bereit? Wir müssen in den Channel. Bereit. Warte, Mann. Wir müssen in den Channel. Oh, die Leiche hat er in. Ja. 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 Schnellix. Vorsicht, es gibt Spitter und Hunter. Sicher? Woll, Rochelle wohl angebogen hat Oh, das ist gespielt, ja Oh, ich geh doch nach Shell, die ist in dem Feld drin Oh, Rochelle Musst du mir neuen Mischer machen Oh, fuck, man! Oh, da kennst du, dass Volker den Charger verkackt hat, ey, schreit Er sagt es ja Komm, jedenfalls schreie ich heute meine Mitspieler nicht an Ja, ja, das ist mir so positiv aufgefallen Henning, merkst du, ne? Ja, aber wir sind keinen Millimeter schlechter als jetzt, du weißt Leute, wir brauchen nicht rein, okay? Oh, ich hab Hunter, Hunter, Hunter Schade Schieß an dem, äh, Rooker Nein, schief nicht Nein Sehr schön Verdammte Scheiße Masch, komm raus da Ja, 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 stimmt, stimmt, sorry Ähm Ja Nein Nein Äh, ich hab keine Ahnung, was du da gemacht hast, Charger, ne? Ja, aber... Ich bin weggelaufen Das war auf jeden Fall nicht gut Mit'm Charge Nee Und umdrehen und weg Ja, so konnte ich zumindest doch überleben Ja, das bringt aber nichts, weil du gerade gleich angeguckt wärst und tot bist Das ist wieder so Wir haben ja eh ein Boot Hunter, Hunter auf mich Danke, Rooker Dein, dein Bot hat dir mal wieder geholfen Ach, scheiße, da ist ein Wanker Einmarsch Ist die schon weg, oder? Geh irgendwann und nimm die Bill Eine Mars Ah, okay, ich fühl Schicke von, von, äh, Schicke, bitte, bitte, ist gefährlich Ah, wieso? Wieso? Oh, das klingt gut Ja, was? Oh, hat er, scheiße Sehr geil Ist nicht unser Ernst jetzt hier Frau Shell hängt auch voll durch Äh, ich spiel auch gleich noch Ich dachte, der Splitter hat 1000 was gemacht Also, bis auf einen, bis auf einen da sind sie gut vorbereitet, würde ich sagen Wie viele Splitter habt ihr denn? Ah, ich wär zu viel gebrochen Es ist immer noch dasselbe Ach, man Halt euch und dann ruft er Ach, Rochelle Ach, Rochelle Nein, geh weg, Alter Komm Scheiße, ich schieße ihn Los, los, los Schnapp ihn dir Da ist Rechtsklick Das hätte Marsch von der Gruppe über mir Nein, du bist einfach viermal gegen den Scheiß-Türrahmen gesprungen Ich rufe den Tank, okay? Ja Jetzt gibt Rochelle die Bill Dann kommt, bleibt hier Nein, Rochelle heilt sich jetzt Ja Kommt, Tank bleibt hier, okay? Der muss liegen Ach, die anderen Habt ihr Feuer Munition von drinnen genommen? Hm, nein Ja Da kommt ein Hunter Oh, was der Tank Wieso? Hunter hat mich, Hunter hat mich Ich hab den sowas von gehabt, ne? Ich hab den sowas von gehabt Hau auf, ja Zurück, 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 zurück Volker, was tust du? Durch da, durch da Durch da, durch da Malte, lauf Malte, lauf Nicht du zurück Malte Mach zu, hau rein Biller 2, hilf ihm Ja, der aufgehört zu... Achso, wegen... Hunter, Smucker, Smucker, Smucker Schnell, 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 Smucker Komm, haut drauf, haut drauf Hau drauf Hau drauf Zurück, umdrehen Zur Tür Bin doch dabei Oh Warum lässt du sie durch? Warum lässt du sie durch? Ja, das war's jetzt Nein, du kannst doch nicht Oh Hier Ja, gut, okay Wenigstens die beiden noch aus der Gefängnis gesetzt Mehr konnte ich jetzt nicht machen in der Situation Ja, alles gut Scheiss, Horde Scheiss, Horde Scheiss, Horde Ja, schön Hau drauf, komm Den machst du noch Wir können er doch gar nicht mehr haben Ne, hab ich auch nicht Ich wollt mir grad noch die Pin reinwerfen Wieder Ich war noch mal wieder auf 80 hoch Scheiss, Horde, ich verschwaffe den neuen Maus Ja Doch Marscht Was? Marscht heute rum, dass du eine neue Maus brauchst Ja, wenn er mal draufhaut, ist kein Wunder Ja, wegen Nick Und Butz Ja, Marscht, ich hab mir eine neue Tastatur gekauft Du hast, du hast ein Cartoon voll von Tastature, oder? Ja Alles Recycling? Ich hab, ich hab drei Tastaturen zu Hause Drei Tastatur? Drei Tastaturen? Drei Tastaturen und zwei Mäuse 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 Du bist ja von dem süßen Haus Was? Oh, du, 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 du Ja Nicht draufhauen, dann geht's die kaputt Immer ein Lieg sein Die quicken immer dann Würde mal ein paar Fallen aufstellen Warum hab ich einen scheiß Sniper, Alter? Jonas, 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 Jonas Komm in hier Achso, ich sollte ja keine Shotgun mitnehmen Wieso? Ich nehm die MG Tobi, ist das in Ordnung für dich? Warum keine Shotgun mehr? Weil Tobi sich beschwert, weil ich ihn immer dann mit in den Rücken schieß Passiert mit der MG zwar auch, aber ist egal Weil, weil, wenn, wenn Malte trifft, dann kommen Heals auf Ja, aber ich muss ja nochmal Ausgleich eine Gerechtigkeit schaffen, ne? Ja, ist gut Schnell weglaufen! Nein! So, Henning, hast du fertig gespielt mit deiner Bratpfanne? Deine Bratpfanne Sieht so witzig aus, warte, warte, doing Hörst du dumm Der kommt immer wieder Ja, okay Na, jetzt mach ich kap... Ach, das ist der scheiß Blizist, sag das doch! Ja, ja Hunter, Hunter, im Raum, Henning Raus, 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 raus Ja, ja, ich muss erstmal aufstehen Hunter, Henning Mann, erschieß die scheiß Dinger doch mal Alter, hab ich doch Ja, nach dem zweiten Mal Ich nehm jetzt auch ne Bratpfanne, ist mir egal Ja, ich musste... Alter, hätte ich dich lieber in der Säure liegen lassen sollen, oder was? Nein Ja Ja Direkt retten Direkt... Beschütze mich doch mal Wartet auf mich Wartet Heute Daniel, was machst du da? Ja, ich war am Raum gefangen, Mann Tür zu Tür zu Tür zu Sehr gut Lied, oder was? Die Tür habt ihr aber vergessen Boah, ich seh nichts Nice, alle vier Zurück rein Zurück rein Jocki hat mich, Jocki hat mich, Jocki hat mich Jocki hat mich, Jocki hat mich Säure, 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 Säure Mach das hier Ja Ich bin für dich in den Tod gesprungen gerade Hunter, Hunter Wieder zwei Sehr gut Henning Wieder zwei Ich mach das Scheiße, er hat mich getroffen Sorry Was machen wir da? Charger von vorne Gut, erstmal gut Reload Hälte Richtung Nee, ich hab Pinn und Modi geholt Deswegen Gibt's noch was? Nächster ist leer Alles weg Warte mal auf uns Wir sind hier Wachen Und Okay Ihr macht eh gar nichts mit dir Ich komme von dort Und du wartest, wo du bist, okay? Nö, leer Ja, komm, komm, komm Ist das nicht weg? Bitte Jocki, Jocki von hinten Henning Ja, hat mich Hast ihn? Hat richtig getroffen Jetzt mit dem Bot Ich denk immer, wer hat kriegen Tank, ey Nee, mit dem Bot schaffst du nicht Ich hab sonst nur fast einen Molly erstmal Neues bauen am besten Hunter? Hunter? Spitter? Aber ihn ist Und mit dem Teuer hat noch nicht ganz Vielleicht musst du mich mal kurz heilen Hier ist Brandenmunition Wo ist ne Spritze? Hier Charger Egal Alter, was? Hab ihn Oh, hier sind Pillen, die nehm ich Smoker, Smoker Das soll auch ne scheiß Wandfestbugs sein die ganze Zeit So, ich nehm mal Brandenmunition mit Wenn du mich in die Wand schaffst Wenn du mich in die Wand schaffst Das ist Das ist Hier sind immer richtig geile Waffen Einfelscheck Ich stell dir schlussendlich Achso, du hast noch nicht gesfahren Nee Lass uns gleich mal hier oben nochmal alle Oder ich heil mich Hunter? Hunter? Spitter, ich hab dich Jockey? Jockey? Boomer? Boomer? Und Smitter? Ich muss hier raus Ja, ich seh nix Ich stell mich jetzt mal hier hin Ja, ich bin so am Arsch Wenn du's da wieder raus geschafft hast Hab ich Aber es ist richtig Glück Hallo? Spieler 2, schieß mir nicht in den Rücken Hab ich nicht Kache, Alter Wofür? Wofür? Ich hab Pobi in meinen Rücken geschossen Nicht dir Du weißt wofür Vor ner langen, langer Zeit In ner weiten, fetten Platz Okay So, jetzt lass mal hier alle Hey Ihr müsst aber Scheiß sagen Jetzt kommt mal hier einer her und rechts Klickt mich schnell Müsst du denn? Gut, danke Das war der Boomer, der dich gerettet hat Das war keiner von unten Das hier einfach Ich seh nix, Leute Wo seid ihr? Ja, ich bin hier Das hier einfach nicht bescheid fliege Und da runter springt wie die Behinderten Das hätte mein Ende sein können Smoker, Smoker, Smoker Hilfe, 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 Hilfe Ja Krieger Nice Jetzt kannst du rest in peace, Jonas So, heilen wir hier können Schöne hier Boah Okay, weiter, komm, komm, komm Alle fertig? Ja Alter, wie oft kriegt ihr den Charger, Mann? MEI, die Frisse! Zu selten. MEI, die Güte, ich war dreimal auf... ...so... auf... ...so... auf... ...so... auf... Ich war dann halt zusammengeschrieben. Smoker hat mich! Smoker hat mich! Zurück, zurück! Nein, lass dich noch mal in Ruhe. Ja, bleib hier, bleib hier. Das war eine geheime Geschäftsverhandlung. Könnte er wirklich schwarz-weißig. Nee, grün ist er. Okay, ich glaube... ... äh, Tobias ist schwarz-weißig. Ach. Was meinst du? Ich wäre trotzdem nur Pillen dankbar. Ja, komm her. Ja, so bin ich zu dir. Ich schieße dir in den Rücken und gebe dir trotzdem noch Pillen. Der Ding ist abgeschnitten. Boomer, schnell schießen! Schieß den Boomer! Ah, ich liege. Schön. Jockey kommt die Treppe runter. Ja, ich seh nix. Ich bin vor euch. Ich bin blind. Hunter, ganz dringend. Ja, ich seh nix. Geht hoch, geht hoch, geht hoch. Wir seh nix. Geht hoch, weiter nach vorne. Weiter, 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 weiter. Jetzt Raum hauen. Hab dich. Haben wir dich? Das war knapp. 59. Ja, jetzt liegt nur noch einer. Jockey hat mich, Jockey hat mich. Hab dich. Hab dich. Wie sie alle einfach in die Luft klatschen. Covert mal einer den Raum auf der anderen Seite. Nein, Mann. So, Henning, bitteschön. Danke mir. Alter, war das knapp. Das ist ganz richtig, Mathe. Richtig doch. Das ist echt richtig. Ich bin dafür, wir führen die Regel ein. Tote und Liegende reden nicht. Nein. Hier, warte mal. Ich packe mal hier Brandmunition hin. Bei Tote bin ich dabei. Bei Liegende bin ich nicht dabei. Ja, natürlich. Das ist doch die Liegende. Scheiße, ich hab n Boomer erschossen. Hab ich gemerkt. Ja, ich seh nichts mehr. Ich bin gesmacht und gemerkt. Scheiße, ich bin wahrscheinlich sehr tot. Ich würde gerne helfen, ob ich seh nichts. In den Tod, in den Tod, in den Tod ist, in den Tod. Wo bist du denn? Erster ist geschafft. Dann können wir nichts machen. Smoker! Das löst mal einer aus. Schieß mich los und löst aus. Äh, ja, also erst losschießen und dann auslosen. Aber gut. Er hat die Witch ausgelöst. Ich hab die Witch getötet mit zwei Schüssen. Kannst du dich freischießen? Ich leg schon. Egal. Boah, ich kann eins. Scheiße! Soll ich... Wieso, ich hab's explodiert? Egal, Leute. Das war gut. Das war gut. Ich hab den Träger noch ausgelöst. Sehr gut. Ja, das hab ich gemerkt. Hätt ich Tobi mal nicht meine Pillen gegeben. Ich war voll langsam. Dann wär ich schon vorher tot gewesen. Ah, okay. Gut, dass ich dir die Pillen gegeben habe. Das wär auch egal gewesen. Ich war die ganze Zeit schwarz-weiß. Also, Malte hatte recht. Ich war die ganze Zeit schwarz-weiß. Nee, macht Spaß, glaub ich. Bereit? Also, erstmal hier kurz. Nee, 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 nee. Nicht hier. Hier, da unten. Ja, mal den... Genau da, ja. Nick, weg. Aber nicht nach links, sondern nach rechts, ne? Ja. So, bereit? Jo. Ja. Bitte, was? Ja. Bist du verraten? Okay. Ich weiß nicht, was wir da machen, aber... Wir machen auf jeden Fall nicht das, was wir tun sollten. Du setzt jetzt hier einfach rein. Ja. Kommt, oder? Oh, Mann. Ja, dafür war ich zu weit weg. Weiter, weiter, leichte weiter. Ich nicht zu oben. Komm, weiter, die sind tot. Die sind jetzt gerade tot. Wir können auf das weg. Ja, ja, die sind tot. Jetzt kommt. Das stimmt überhaupt nicht. Was ist das für Lügenbällchen? Ja, aber was ist denn jetzt los? Erst vorrushen und dann stehenbleiben? Reloading! 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 Wenn's wiederkommt, ist gefährlich. Hast du sowas? Ja. Es gibt ja. Aber du hattest recht, Marc. Du hattest recht. Gefährlich! NECK, du Scheiße! NECK, du stehst einfach in der Säule! NECK, Leute, das ist unheimlich, Leute! Oh, heuerlich! Ach, ja! Ne, wartet noch mal ein bisschen. Na, ich bin noch nicht bereit. Geht mal wieder so rein, dann. Boah! Boah! Was ist das denn? Das... Dass die Bots rechts klicken können, ne? Das ist zum Kotzen! Ey, unser Bot stellt sich in eure Säule freiwillig rein, also stell dich mal nicht so doll an! Das gleicht das aus, dass er rechts klicken kann. Zumindest ein bisschen. Was? Wartet hier! Ey, du musst mich aber... Masch, du musst jetzt nicht besser stechen. Booma, hey, Booma, Booma! Ich muss hier schießen, wartet! Du musst gar nichts! Nein, Arschlecken! Zwei sind tot! Booma... Booma ist tot! Booma hab ich erwischt! Booma ist tot! Ja! Ja, runter, runter, runter! Ich werd gesmoked, ich werd gesmoked! Alles gut, alles gut, alles gut! Ich werd immer noch gesmoked! Danke! Masch, finde ich es gut, wenn du es woher reißt! Ich muss mich ja mal ganz kurz heilen! Ich brauche Cover! Lass ihn sich nicht heilen! Hat's rüber geklappt! Ich? Scheiße! Wo will Nick denn jetzt hin? Wartet, wartet, wartet! Oh Gott! Ach, der ist rüber gesprungen! Warum ist der Scheiße da hingegangen? Warum? Echt, warum? 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 Einfach schon mit uns hier! Warum ist er da hingegangen? Komm, hol ihn dir! Weg, 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 weg! Ich stört mich! Warum ist der Scheiße hingegangen? Weil du mitspielst! Du meckerst ihn die ganze Zeit an! Deswegen hat er es gemacht! Das ist echt... Doch, er ist beleidigt! Das ist schon ein ziemlich großer Hurensohn, so ein Move! Das stimmt schon! Es ist... Es ist schon... Also, seine Mutter ist sehr ehrenlos! Was ist denn Hurensohn? Mashed rusht vor! Ich werde... Ich werde... Nein, Mashed, Mashed! Oh Mann! Das war gut, das war richtig gut! Geh weg, Volker, Volker! Geh weg! Ja, ja! Passiert dir eh noch nichts! Wenn Mashed noch nicht da ist, passiert dir nichts! Mashed kommt eh nicht hoch! Wie soll er das machen? Geht er nicht! Das war's mal! So... Also, wir können dir nicht mehr helfen! Kennst du das allein gegen 4? Ja, komm mal, Schneck! Das war's... Scheiße, echt... Ich werde für... Pferde für Huren... Sorry Leute, aber ich war sauer von... ... dieser Scheiß Nick! Ja, alles gut! Es war schon... Es war... Ist aber auch schon ziemlich ehrenloser Move, dann den... ...den Bot auszunutzen, aber... Ja, klar! Ja, die schicken sofort einen Hunter auf ihn, sie wissen, dass er scheiße ist und sie schicken sofort einen Hunter auf ihn. Masch, wir hatten vorher auch schon einen Jockey auf ihn angesetzt, aber der Jockey nicht, naja. Hättest du es anders gemacht? Hättest du ihn gelassen? Nein, natürlich nicht. Also, was meckerst du so rum, Masch? Krieg dich wieder ein. Ja, also ich mecker nicht für euch, für uns. Ja. Was? Oh, Masch, ich will... Ich mecker wegen unserem Boot, nicht wegen euch. Ah, ja. Achso. Hä, ich hab gerade das mit dem Hunterswaben, aber keine Bots von dir. Was ist denn hier los? Nur Scheißwaffen? Ja, es ist auch richtig so, dass ihr nur Scheißwaffen kriegt. Alter, ist da leise. Ja, es ist M16 dazwischen. Richtig und richtig. So. Okay. Volker, wo willst du hin? Charger. Ja, Charger. Einmal gucken, ob hier unten was abgeht. Sollte ihr mal zum Ohrmarz gehen? Warum ist es gespumpt, Jonas? Sie sollen mit dem Ohrmarz gehen. Das hat nichts. Soll dann das zusammen, irgendwo anders. Wo ist der Charger? Ja, ich dachte, ihr löst schon lange aus. Ja, ich dachte auch, hätte ich gemacht, aber wahr nicht. Aber die spawnen, spawnen denen von dir drin, deswegen dachte ich, ich bleib hier drin, erst mal stehen. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich dachte nur, manchmal... Deshalb ist auch keiner gespawnt jetzt. Manchmal, manchmal hast du echt gute Ideen. Ja, ja. Aber wir haben einen Charger da oben auf dem Dach. Aber wenn es ein Bot ist? Nee, ist kein Bot. Verdammt. Es war wohl Jonas. Es war ein Jonas? Es war oder es ist... Ein Jonas. Also Bot oder ich, das macht keinen Unterschied. Warte. 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 Hier, hier bringt nichts. Komm, 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 komm. Komm noch. Da. Ich mach... Die... Auf jeden Fall ein Jockey. Ich beleite die vor, okay? Dann müssen wir gleich mal gucken, wie die laufen. Ich glaube, die kommen von hier, okay? Ich glaube, die kommen von hier, okay? Spitter. Spitter. Er kommt aus dem Auto raus. Achso. Bokka. Er hatte... Nein! Off! Aaaaaaah! Wolltest du nur krissen, oder was? Ich stehe da neben mir! Genau in dem Moment weggeglitscht, ey. Weggeglitscht. Du bist weggeglitscht. Du bist weggeglitscht. Oh, mein ist tot. Sehr schön. Sehr gut. Ich bin zu blöd. Ja, ich auch gerade. Mann, hau da halt mich jetzt hier! Einsicht ist hier besser. Komm, wir müssen zum Beispiel. Scheisscheibe. Oh, Mann! Das gibt's doch nicht! Ending, lauf einfach unten lang! Nein, dann! Oh, was? Er hängt jetzt. Was hängst du denn so durch? Es ist okay, ist mir einfach krass. Ich hab einen Durchhänger gerade. Nein! Schau dich mal um. Scheiße, Smoker hinter uns! Ja, alles gut. Ich bin wieder oben. Alter, was? Er hat mich! Ja, ich hab ihn doch schon! Du musst ihn auch mal erschießen! Und nicht nur sagen, ja! 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 Ending, ich will nicht mit dir meckern, aber ich muss es wohl wieder tun! Was ist das jetzt? Oh! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht! Jetzt, Smoker, jetzt! Jetzt, Smoker! Wo ist das Mokar? Hunter? Irgendwo? Auf mir rechts Sehr gut Jockey Jockey hab ich Ja geil, ich konnte gar nicht springen, ist in Ordnung Ja recht, ich blockiert hab alter Alter Digga man Was ist los? Hunter! Hunter! Alter! Bist du Bugsuckerberg oder was? Ich wär an die Säule Ich wär an die Säule gekommen Mensch Der hat Jetzt weinte mein Glück Der Daniel hatte Glück zweimal Ja, ich hab nur Schutzengel ne? Ich muss mich kurz halten Leute Ich komm sonst nicht näher Ja komm hoch Ich bin oben Geben wir von da Deckung bitte Smoker So komm drüber lassen Smoker Smoker hat mich und ich bin unten ne? Wo bin ich denn jetzt hier? Wo anders Ich hab die Ich hab die Okay Ja okay wir treffen uns dann unten Hunter hat mich, Hunter hat mich Hallo neben LKW Danke Unten oder oben Unten oder oben Das war keine Absicht der Headshot Ah Charger von hinten Charger Pass auf Scheiße ich hab kein Loch gefunden in dieser Rante Ah du kannst mich heilen Gut Ich war wo anders gespawnt Scheiße Schon am Ziel oder wo Warte 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 Ja komm, geh in den LKW Geh in den LKW Geh in den LKW Geh in den LKW Ich stand neben dir Boah alter 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 Habe ich nicht gesehen Ich hab's nicht gesehen Alter Alter Wer sind die anderen beiden denn? Nimm die hinter dir Da kommen die Da kommen die Da komm ich Der ein der zweite Der zweite Oh alter Daniel Hennig brauchst du nicht so gut Hennig brauchst du nicht so gut Hennig wird auch vorbei Schön Lauft Leute lauft Ja sind wir dabei halt ihn auf Alter jetzt wenn du Weißt du Dein Arsch ist so fett dass der jetzt das Auto bei dir abprallt oder was Nein NICHER SMOKER hat mich Nein Okay geh weiter Ja super Gern geschehen Hennig Lauf Danke Charger Ja schade Lauf mach Meter Ja ich hab Horde hier Nur ein Tank Ja ich versuch's grad ich hab Horde Ich hab Horde Ich hab die Ja du musst auch mal alles wegballern und der Tank ist hinter uns Und ich sitz hier fest und ich bin tot Ich bin tot Du liegst noch Ich bin tot Du liegst noch Sehr schön Komm weiter Leute Scheiße Scheiße Lauf Gut Ich bin drin Nein Ja Tank ist tot Tank ist tot Leute Ja mach mir das Kamera Ich bin drin Der Henning hat nen Hunter Lauf ich bin drin Sehr schön Stark Stark Oh Leute Willst du ihn alle zu viertens schaffen Huii Oh man ey Hätt ich mir das Adrenalin mal aufgehoben Passt schon Tobias Glückwunsch Ich hab nicht daran glaubt dass ich am Tank noch vorbeikomme Ja und mit einmal schriehst du rumfahme ich bin am Tank vorbei Tank vorbei Ja das anders Hey Da gehst du ja nicht davon aus dass du das schaffst Also Hehehe Ja das ist auch die dürfste Stelle wo der Tank spawnen kann ey Wo die Links und Rechts noch vorbeilaufen Dürfste Stelle Hehehe Die einzige Stelle Ups Oh Hm Bereit Hat jemand den Molotov genommen oder nicht? Okay Nein braucht ihr nicht Kommt kein Time Bereit Ich bin da Ich bin da Ich bin da Gerade als Schwimmer Spuck auf mich Ich bin da Ich bin da Hier kommt keine Horde bis die Treppe unten ist Ich bin da Ja war ja nichts Wo ist denn der buy Career Auf Ja LABER Der labert die ganze Zeit, macht den Bridge runter. Ich hab doch schon ausgelöst. Geht nicht. Brücke ist kaputt. Vielleicht sind noch nicht alle eure Freunde draus, ihr seid nur zufrieden. Ja, kommen wir raus, Malte. Das bringt nichts. Doch, jetzt müssen alle aus dem Dings draus sein. Mach die Brücke runter, mach die Brücke runter. Okay, lass nochmal über was anderes reden. Bisschen das Wetter beruhig. Ganz schön eigentlich. Schön. Was macht der Jockey denn da? Ich will, dass die Munition verballert. Henning, woran wartest du eigentlich? Danke, dass ihr uns Zeit gegeben. So nice war. Mach ja nix. Mach ja nix. Vor sich, es gibt Schade, okay? Achso. Es gibt auch Tank. Jockey hast ja auch irgendwie gegeben, ne? Jockey hast ja auch irgendwie gegeben, ne? Nein! Okay, sehr gut. Weiter. Weiter. Pass rein. Ja, sch- Nein, Malte von unten nicht von oben. Warum gehst du hin? Schade, zwei Leute sind aber auch gut. Hm, schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, der Lutsch hat gefressen. Ja. Ein Augenblick früher, dann wär er tot gewesen. Schade. Den Hutz einfach gleich nochmal. Schade, dass er... Oh, ernsthaft? Ja, die... Oh nein! Schaff ihn dir, ja! Ja, er liegt. Ja, er liegt. Jawohl, jetzt liegt er, er liegt. Jetzt. Jetzt schräg hinten durch. Dann hättest du einen tot. Oh! Vieler zwei! Sag mal, du kannst auch nix! Du kannst nix! Halt die Fresse! Oh Gott! Brot kann schimmeln, was kannst du? Ey! Soar! Ey! Ich hab das genau gesehen, ey! Oh man! Ey! Mann! Nein! Oh! Wieso? Ich bin rausgejumpt! Warum machst du sowas? Marsch läuft vor! Marsch läuft vor! Weil ich verwirrt bin! Oder jemand muss sich Marsch holen! Warum? Weil er alleine ist! Marsch ist ganz weit vorne! Mach nix! An unserem Pucken kommt der eh nicht ran alleine! Hahaha! Wenn er da alleine ist und keiner ihn helden kann! Ja! Kommt durch! Der kommt! Was wartet ihr auf? Ihr musst mich heilen! Ja, sagt Bescheid, denn! Dann gehen die alle gleich auf mich! Ja, Coach! Wartet doch mal, Leute! Und Coach wartet auf! Und Coach wartet auf! Verdammte Scheiße! Du willst die ganze Humvee runterziehen? Coach was macht! Ja, Coach kommt immer wieder zu mir! Coach mag mich! Nein! Nein! Außer, kurz mag mich! Oh, Henning! Oh, Henning! Oh! Oh! Oh, alle kamen zu mir! Oh! Das ist doch was schönes! Oh, wo bist du denn ganz? Oh, wo ist dein Charger? Jetzt ein Charger! Bamm! Immer dieser Scheiß-Bot! Immer dieser Scheiß-Bot! Oh, Marsch! Auch ein Spieler von dir, ja! Beleidigen ihn nicht immer! Oh! Marsch! Der Bot ist immer weit hinten und du bist immer weit vorne. Oh nein, ey. Ich hab den Fehler. Kann ich spawnen, das ist scheiße. Ja, mag der? Spawn? Ja, kann ich nicht. Ich kann auch gar nicht spawnen, was war die scheiße hier? Leute. Oh, eins darf's. Kommt ihr? Ich muss... Rette mir mal einen vor. Kommt ein Charger. Nein, doch nicht so. Mann! Spoker. Ich... Ich... Ich hasse den! Ich hab ne Schätzung, aber ich glaube Volker war der Charger. Nein. Diesmal war ich der Jockey. Volker war der... Der dumme Jockey, der 20 Mal vorbeigejumpt ist. Werden wir den eigentlich vorbereiten? Ja. Na ja. Oh ja, das ist gut. Sehr geil. Richtig gut. Sehr geil. Der springt runter, oder was? In der Luft, in der Luft. In der Art, in der Art. Er kann schweben. Und jetzt liegt er wieder. I cover you, Jonas. I cover you. Was? Wieso? Von drei Kilometer Entfernung, oder wie? Wieso? Was soll das denn? Volker, was kannst du eigentlich? Alter, ernsthaft jetzt! Mit diga geht's nicht! Wir haben Smoker. Koch ist tot, okay. Ja. Oh, schade. Okay. Ach, wie schade. Oh. Tank ist down. Wen... Wen soll ich denn jetzt angreifen? Jonas! Achso. Ne, Marsch. Mach dich einmal zu dir rum. Tank ist down. Geh links. Oder... Pass auf, die Leute mal außenlängst. Mit Bollys. Ne, nicht. Oh, die sollen mal kommen. Die sollen mal kommen, sagt er. Doch. Ja, sie kommen. Das machen sie ja auch. Fuck! Warte, drehe nicht um. Nein! Ich hab... Ich hab Marscht, ich hab Marscht, ich hab... Nein, Scheiße! Ich hab ihn frei bekommen. Nein, holt euch Marscht. Einer liegt. Scheiß, Auto. Marscht ist der letzte, der läuft, oder? Ja, ja. Mach mir das. Er ist oben. Krass, Marscht laufen. Kann einer von vorne kommen? Ja, jetzt muss einer von vorne kommen. Können wir. Ja, der tötet euch. Drei. Ja. Drei. Drei. Eins. Jetzt bin ich da, warte. Jetzt bin ich. Ja, warte. Warte, nichts, warte. Mach. Mach von vorne. Ja, da ist vorne. Ja, 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 ja. Oh mein, wo kann ich... Ey. Weiter, weiter, weiter. Geh doch einfach weiter. Hier, weiter. Geh weiter. Bitte, was? Alter, was? So, jetzt ist er schon mal blind. Ja, schon mal gut. Mach ihn nochmal kaputt jetzt! Ja, geht doch! Geht doch! Wir kommen alle! Wir kommen alle! Ich bringe ihn hier hin. Scheiße, er ist hinter mir, die ganze Sache. Ich hab nicht gesehen. Es sollte rückwärts laufen. Scheiße. Ich hab nicht dreimal geschlagen. Ja, ich dachte, es ist ein normaler Zombie. Ich hab nicht gewusst, dass es ein Charger hat. Maler Zombie. 25% weg. Nee, ich hab nicht an meinem Blut getaubt. Ich hab über alles geguckt, aber nicht an meinem Blut. Alter, war's klar. Das war hart, ja. So. Das war's dann auch heute, würde ich sagen. Ja. Wollt ihr nicht mehr? Die meisten müssen arbeiten. Ja, da war ja was.